Wenn Du das verstehst, wenn Du Dir selbst zeigst, dass Du Dich gut fühlen kannst, egal was er tut, das ist die Sache, die wir wirklich wollen, dass Du sie fühlst. All Deine Ressourcen kommen von der Quelle. Nicht von Deinem Freund, nicht von Deiner Mutter, von niemandem sonst. Sie alle kommen aus dem Inneren des Vortex, wo alles ist, was Du bist und alles, was wir sind und alles, was Du willst. Also machen wir gerade den besten Verkaufsjob, den wir je gemacht haben, um Dich dazu zu bringen, mehr Aufregung in Bezug auf den Vortex zu verspüren und weniger Aufregung in Bezug auf Deinen Partner. Aufgeregt über den Vortex zu sein und daher aufgeregt in Bezug auf die Version Deines Partners, die Du im Vortex platziert hast. Und vielleicht wird er derjenige sein, der in Form einer Manifestation auftaucht und vielleicht wird es jemand anderes sein. Aber Dein Partner wird auftauchen und er wird sich so verhalten, wie Du es willst, wenn es keine Rolle spielt, wenn er es nicht tut. Wenn Du Dich sicher fühlst, unabhängig davon, was er tut. Siehst Du? Wenn Du Dich so oder so sicher fühlst. Solange Deine Sicherheit von einem anderen abhängig ist, bist Du unsicher. Also was Du dann sagen möchtest ist, das ist großartig. Ich kann Dich sehen. Ich kann sehen, wie Du das machst. Und es erregt mich wirklich, wenn ich daran denke, dass Dein Leben für Dich funktioniert. Auf die Weise, wie sie es tut. Und nichts macht mich glücklicher, als zu wissen, dass es Dir gut geht. Ich will das wirklich für Dich. Und genauso will ich es für mich. Macht es nicht Spaß, von all den wundervollen Zukunftsdingen zu wissen, die in unser Leben kommen? Spüre, auf welche andere Weise er das hören würde, als die Schwingung, die er von Dir bekommt. Mit anderen Worten, er mag Dich ein wenig zu tritzen versuchen. Aber wir glauben nicht. Wir denken, er ist nur aufrichtig begeistert über das, was vor sich geht. Und er denkt gar nicht so sehr an Dich. Und das ist die Art, wie wir wollen, dass Du bist. Es ist eine gesündere Art zu sein. Es ist eine viel gesündere Art zu sein. Und wenn Du jemanden willst, das ist es, was wir zuvor gesagt haben. Du kannst es nicht auf beide Arten haben. Du kannst nicht abhängig und gleichzeitig unabhängig sein. Unsere Freundin sagte einmal, ich habe Angst, dass wenn ich mich in eine perfekte Beziehung hinein konzentriere, wird mein Mann gehen. Und wir sagen, wenn Du Dich in eine perfekte Beziehung konzentrierst, wird alles, was Du willst, zu Dir kommen. Und Du kannst Dir einfach keine Sorgen darum machen, was alle anderen tun. Denn Du hast nur Kontrolle über Deine eigene Schwingung. Verstehst Du? Zuletzt habe ich Dich auch sagen hören, dass Du etwas tun musst, wenn Du inspiriert bist. Nicht, wenn Du motiviert bist. Aber von innerhalb des Vortex ist Dein Verhalten inspiriert. Und von außerhalb des Vortex ist Dein Verhalten motiviert. Innerhalb des Vortex wird die Inspiration kommen. Aber um das wirklich zu bekommen, viele Leute haben uns damit bereits regelmäßig herausgefordert. Wir sagen, Ihr müsst in den Vortex gelangen und Euch das zu eigen machen. Wir sagen, Ihr müsst in den Vortex gelangen und mit ihm vertraut werden. Euch an ihn gewöhnen. Ihr müsst in den Vortex gelangen und wissen, wie es sich anfühlt, im Vortex zu sein. Ihr müsst in den Vortex gelangen und regelmäßiger im Vortex sein, als Ihr es nicht seid. Und sobald Du öfter dort bist und Du quasi chronisch dort verweilst, wird die Inspiration Dir zufließen. Du wirst es spüren. Und die Kooperation, das Zusammenwirken, das Du als ein Resultat davon beobachten wirst, ist wirklich eindeutig. Esa wird von Zeit zu Zeit sagen, ich werde mich in den Vortex bewegen. Und das ist normalerweise ihre Kundtunung dafür, dass sie weiß, dass sie nicht da drin ist. Und ihre Aussage bekundet die Absicht, dort drin zu sein. Und dann verspürt sie solch eine Erfüllung daraus, den Widerstand loszulassen und sich dort hinein zu bewegen und sich dort aufzuhalten. Es ist ein triumphales Gefühl und von dieser Position, von innerhalb des Vortex, beginnt man sich unabhängig, unbesiegbar zu fühlen. In ihrer Zuversicht und ihrem Selbstvertrauen und in der Unabhängigkeit. Ist das eine Bedrohung für ihre Beziehung zu Jerry? Nein, es ist eine Stärkung der Beziehung. Er will nichts mehr als sie, auf einer Wellenlänge mit der Quelle, an dieser angeschlossen und mit dieser verbunden. Das ist das beste Geschenk, das Du jemandem in Deinem Leben geben kannst. Mit Leben gefüllt zu sein und voll mit der Energie die Welten erschafft. Siehst Du? Aber es gibt eine Menge Leute, die etwas praktiziert haben. Und tatsächlich, fast jeder hat das. Einige Zeit lang. Eine Form der Bedürftigkeit. Es ist die Sache, die Dich heute am meisten stört. Du bist nicht enttäuscht. Du bist nicht enttäuscht, dass er Pläne hatte, die Dich einschließen oder auch nicht. Das ist nicht, was Dich traurig macht. Was Dich traurig macht und enttäuscht ist, Du bist nicht in Deinem Vortex. Und das fühlt sich nicht gut an. Etwas, das er gesagt hat. Etwas, was er gesagt hat. Und denke darüber nach. Also er hat etwas gesagt, das Dein Missverständnis verstärkt hat, dass das Gute von Dir durch ihn fließt. Und da es in diesem Moment kein Anzeichen dafür gab, dass es floss, fühltest Du Dich unsicher. Wenn Du chronisch in Deinem Vortex verweilt wärst, hätte es Dich nicht unsicher fühlen lassen. Du hättest gesagt, gut für Dich, ich will das für Dich. Ich kann es nicht erwarten, dass meine Millionen auch fließen. Und manchmal legen wir unsere Millionen auch zusammen und machen etwas zusammen, das wirklich Spaß macht. Aber ist es derweil nicht genüsslich, unabhängig zu sein und zu gedeihen? Nichts ist so unglaublich wunderbar, wie zwei Menschen mit klarem Geist, die zusammenkommen und ein Gespräch mit klarem Geist führen. Viel besser, als wenn der eine klar ist und der andere verwirrt und durcheinander. Und der Verwirrte ist abhängig und angewiesen auf die Klarheit des Klaren. Nichts ist genüsslicher als zwei wirklich starke, blühende Menschen in einer Co-Kreation, die so viel berauschender ist, als wenn einer den anderen führt. Esther hat also einmal etwas im Fernsehen gesehen. Es war das alte Beziehungs-Mantra, das sagte, ziehen sich Gegensätze an. Und sie schrie, oh verdammt, nein, das ist oldschool. Mit anderen Worten, wir brauchen da eine Balance. Ich bin bedürftig und Du gibst. Ich nehme und Du gibst. Und Du gibst, dann kommen wir gut miteinander aus. Und Esther sagte, das stimmt nicht. Das ist eine disharmonische Schwingung. Da ist keine Harmonie darin. Nichts ist berauschender, als zwei ausgerichtete Menschen, die zusammenkommen, um gemeinsam zu erschaffen, zu Co-Kreieren. Und nichts ist so schlimm, wie zwei nicht ausgerichtete Menschen, die zusammenkommen und Co-Kreieren. Es ist fast genauso schlimm, wenn einer ausgerichtet ist und der andere nicht. Siehst Du? Außer wenn Du derjenige bist, der es ist und nicht bemerkst, dass der andere es nicht ist. Das ist der Schlüssel. Also, wenn ich mich in meinem Vortex befinde, ich fühle mich gut, egal was zur Hölle auch immer irgendwo auf der Welt passiert. Die, die nicht zu mir passen, werden wegfallen. Sie werden wegfallen. Oder kann ich sie wegstoßen? Wenn Du im Vortex bist, kümmert es Dich nicht. Wenn Du im Vortex bist, urteilst Du nicht. Wenn Du im Vortex bist, siehst Du sie mit den Augen der Quelle. Wenn Du im Vortex bist, ziehst Du den Wert aus der Beziehung heraus. Wenn Du im Vortex bist, schätzt Du, was sie in Deinem Inneren inspirieren. Siehst Du? Es ist lediglich von außerhalb des Vortex, dass Du Dich abhängig fühlst. Können wir uns nicht einfach in den Vortex einklinken, sodass wir nicht mehr herausspringen? Du kannst, aber dann wirst Du tot sein. Wie wir. Was nur bedeutet, dass Du keine widerständige Schwingung haben wirst, sodass es einfach ist, hier zu bleiben. Aber Ihr werdet gleich zurück sein. Denn der Spaß liegt in der Sichtung und im Fragen und im Ausrichten. Seht Ihr? Du lässt es aussehen wie einen Kampf. Und der letzte Kommentar, den Du gemacht hast, ist in etwa repräsentativ dafür, was Du fühlst und was wir an Dich zurückgeben. Und das ist, dass ich nicht in dem Vortex bin und ich möchte es sein. Es ist ein ganz anderer Aussichtspunkt als, ich bin im Vortex und kann das beibehalten. Mit anderen Worten, unsere Bemühung, im Rahmen dessen wir heute hier miteinander sprechen, ist es Dir zu helfen, zu erkennen, dass dieser Vortex einfach zu erreichen ist. Du musst es nur üben. Und was wir wirklich wollen, dass Du es hörst, ist, dass Du, sobald Du dort hinein gelangst, es dann so lange wie möglich aufrechterhältst. Solange Du kannst. Mit anderen Worten. Geh hinein und lies eines dieser Bücher vom Inneren des Vortex aus. Geh da rein und schaue durch ein Kartendeck durch, aus dem Vortex heraus. Sodass Du die Schwingung der Ausrichtung aus dem Vortex heraus übst. Es wird Dir eine viel stärkere Stabilität im Vortex geben. Also, während Du das tust, wenn Du dann herausspringst, wird das Dich nicht verrückt machen. Es ist kein Grund zur Beunruhigung, weil Du weißt, wie Du wieder hineinkommst. Mit anderen Worten, das Vertrauen, von dem Du sprichst, ist das Vertrauen in Dich selbst, Dich zu fokussieren. Echt? Das ist alles, was es ist. Und wenn Du im Vortex bleibst, bist Du wie das Auto, das 100 Kilometer pro Stunde fährt und gegen einen Baum prallt. Wenn man herausfliegt, Du hast dieses Beispiel vorher benutzt. Vielleicht, vielleicht. Aber was Du wirklich bist, ist dieses Auto, das mit 100 Kilometer pro Stunde fährt, in einer Umgebung, die sich 100 Kilometer pro Stunde bewegt. Und Du hast die beste Zeit Deines Lebens. Und wenn Du herausspringst, wird Deine Fähigkeit, sobald Du die Fähigkeit hast, bist, das ist eine ausgezeichnete Frage. Wenn Du erst einmal auf diese Geschwindigkeit gekommen bist, ist das Herausspringen viel weniger häufig. Aber Du hast recht, Du magst es wirklich nicht, wenn Du herausspringst. Nein, wenn Du herausspringst, dann schlägst Du gegen einen Baum. Das ist ein außerhalb des Vortex-Fokus-Kreislauf, in dem Du Dich da bewegst. Mit anderen Worten, wir hören Deinen Kampf, den Du mit all dem fühlst. Wir wollen nur, dass Du uns vertraust, wenn wir sagen, wenn Du dort hineingehst und dort bleibst, ist es einfacher, dort hineinzukommen. Während Du da hineingehst und dort drin bleibst, ist es einfacher, dort drin zu bleiben. Und wenn Du dort hineingehst und dort bleibst, macht es Dir nicht so viel aus, wenn Du nicht dort drin bist. Und wenn Du dort hineingehst und dort bleibst, kümmert es Dich weniger, wer noch dort drin ist oder nicht. Wenn Du dort hineingehst und dort bleibst, sieht jemand anderes, der nicht da drin ist, nicht einmal so aus, als wäre er nicht dort drin, weil Du so sehr da drin bist. Was das wahre Aufrichten ausmacht. Wenn Du, mit anderen Worten, Du holst Dir Deine eigene Kraft zurück. Von innerhalb des Vortex. Lass uns jetzt einmal sagen, Du befindest Dich in dem Vortex und Dein Partner sagt etwas am Telefon zu Dir, dass sie einen kleinen Schlag versetzt. Es befördert Dich quasi aus dem Vortex hinaus. Nur für einen Moment. Und dann sagst Du, Du wirst nicht glauben, was mir eben passiert ist. Hier bin ich total eingebildet am Glauben, dass ich auf einer Wellenlänge mit der Quelle an dieser angeschlossen und mit dieser verbunden bin. Denke, dass ich die Welt beim Schopfe gepackt habe. Dass ich alle Ressourcen habe, die für mich notwendig sind, um mich gut zu fühlen. Und diese Aussage hat mich unsicher fühlen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Denn ich möchte nicht, dass mein Glück, meine Freude von irgendetwas abhängig ist, was Du sagst oder irgendetwas, was Du tust. Daher werde ich Dich in einer Stunde zurückrufen, wenn ich zurück bin im Vortex. Dann legst Du auf und Du bewegst Dich zurück in den Vortex. Dann rufst Du ihn wieder an. Kann ich ihn einfach nicht wieder anrufen? Ich meine das ernst. Ich meine das todernst. Ich meine, dass das fast... Ja, es ist an diesem Ort. Da gibt es Gutes und da gibt es nicht so Gutes. Ich versuche zu sehr. Ja, Du sprichst weiterhin über ihn und wir sprechen über den Vortex. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Themen. Und Du kannst ihn nicht aus Deinem Kopf bekommen. Daher kannst Du nicht im Vortex bleiben. Okay. Daher könnte es gut sein, wenn Du ihn nicht anrufst. Aber der Nächste wird nicht anders sein. Bis Du Dich mit ihm und der Situation aus dem Vortex heraus beschäftigst, kannst Du Dich nicht auf etwas zubewegen, das Du willst. Siehst Du? Du kannst nicht weglaufen. Du musst Sicherheit finden. Du musst Deine eigene Stabilität finden. Und Du musst es Dir selbst zeigen. Und wir haben zu vielen Menschen gesagt, ihr sucht nach Liebe an all den falschen Orten. Und wir werden zu Dir sagen, Du suchst nach Sicherheit an all den falschen Orten. Du suchst nach Millionen von Euro an all den falschen Orten. Du suchst nach Deinem eigenen Wert an all den falschen Orten. Mit anderen Worten, wirkt es nicht so irritierend, dass es quasi das Leben aus Dir heraus irritiert, wenn Du dachtest, dass das der Weg sein soll, durch den es zu Dir fließen wird? Und es Dir nicht entgegenzukommen scheint? Und wir sagen zu Dir, oh, wenn Du erst entdeckst, dass Du diesen Weg nicht brauchst, dass Du den Weg bereits hast. Und es nur darum geht, dass Du Dich ausrichtest, mit Dir selbst. Du wirst dahin finden, in Dich selbst zu vertrauen, dahin Deiner Schwingung zu vertrauen. Dann werden sich andere gut betragen. Denn das Universum bringt Dich nicht mit denen zusammen, die nicht zu dem passen, was Du bist. Weißt Du, was Dich wirklich irritiert? Du erhältst, wen Du auf der Schwingungsebene verdienst. Und das magst Du nicht. Wenn Du schwingungsmäßig zu dem passt, was in Deinem Vortex ist, dann wird Dir das Universum bringen, was mit Dir dann zusammenpasst. Und Du wirst es mögen. Was also kommt, ist immer Dein Indikator dafür, was Du auf der Ebene der Schwingung tust. Und ist es nicht wundervoll? Willst Du nicht einfach anrufen und sagen, Danke, danke, dass Du mir gezeigt hast, was ich auf der Schwingungsebene tue. Ich wusste das nicht, bis Du Dich so grottig verhalten hast. Ich dachte, ich sei auf einer Wellenlänge mit dem Besten, bis Du zu dem Schlechtesten wurdest. Aber jetzt habe ich realisiert, ich bin auf einer Wellenlänge mit dem Schlechtesten. Ich habe etwas Arbeit vor mir liegen. Ruf mich nicht an. Mach es nicht zu einem Thema über ihn. Mach es zu einem Thema über Dich. Es Dir selbst zeigen. Du siehst es auf natürliche Weise im Vortex. Das Stück Sicherheit? Wenn Du Dich dort hineinbewegst und es fühlst, werden alle Indikatoren das bestätigen. Und wenn sie aufploppen? Das ist eine wirklich merkwürdige Frage. Aber eine Stimme sagte, wenn ich manifestiert habe und da bin. Mein Leben bis vor einem Jahr. Der hervorgehobene Weg war scheinend gelb. Und manchmal war er es nicht, sondern eher ein gedimmtes Gelb. Und wenn ich im Vortex bin, ist es dann, dann ist es immer hellleuchtend, immer unbestreitbar, immer sicher. Du sagst, es ist egal, was Du denkst. Das ist, was ich tue. Du weißt es einfach. Du bist wunderbar. Du bist wirklich wundervoll. Du auch. Wenn ich mit Abraham spreche. Ich meine, wir haben unseren eigenen Abraham. Also wenn ich im Flugzeug sitze und ich will meditieren, sage ich, Abraham, es ist immer das Gleiche, oder? Wenn Du in Deinem Vortex bist, dann hast Du Zugang zu der gleichen unendlichen Weisheit, die wir haben und wir sind. Ja. Mit anderen Worten. Die Trennung. Niemand braucht Esther in diesem Format. Und wirklich, wenn Du darüber nachdenkst, wenn Du außerhalb des Vortex bist und Esther ausdrückt, auf eine Weise, die Du mit Deinem physischen Ohren wahrnehmen kannst, was wir wissen, kannst Du es dennoch nicht hören. Mit anderen Worten. Du musst in der Nähe dessen sein, was wir sagen, sodass es auch durch Deine Ohren Sinn ergibt. Und wenn Du im Vortex bist, dann brauchst Du es dann nicht. Denn wir können es hören. Weil Du bist, wo Deine Lösungen sind, wo Deine Antworten sind. Das Leben zeigt es Dir. Worte lehren nicht. Das Beste, was wir hier mit Worten tun können, ist zu bestätigen, was Du bereits weißt. Oder Dich reizen, wenn Du Dich an einem Ort ist, des Nichtwissens befindest.